Untertitelung des ZDF, 2020 Amber, was ist los? Warum bist du so traurig? Oh, arme Amber, hast du dein Licht verloren? Nur keine Sorgen, Amber. Frank und Matt werden dein Licht in Nullkommanichts finden. Erzählen wir ihnen, was passiert ist. Matt, Frank, Amber hat Probleme. Sie hat ihr Licht verloren. Ihr müsst ihr helfen, ihr Licht wiederzufinden. Amber ist in der Nähe vom Krankenhaus, Matt. Von dir aus links. Amber, Matt und Frank sind hier, um dir zu helfen. Okay, Matt und Frank. Auf geht's. Schauen wir zuerst auf dem Spielplatz nach. Amber, Matt und Frank sind hier, um dir zu helfen. Nein, hier ist es nicht. Matt, Frank, vielleicht sollten wir andere Autos fragen, ob sie Ambers Licht gesehen haben. Vielleicht sollten wir bei Tom vorbeischauen. Er könnte uns helfen. Hallo, Tom. Wir suchen nach Ambers Licht. Hast du es vielleicht irgendwo gesehen? Fragen wir bei Gary dem Müllauto nach. Hallo, Gary. Hast du Ambers Licht gesehen? Kopf hoch. Ich wette, ihr findet jetzt Ambers Licht in Nullkommanichts. Was ist denn das, Schrank? Ja, du hast recht. Das ist das Licht. Gut gemacht, Freunde. Aber wie sollen wir da jetzt rankommen? Der Wahnsinn, Frank. Was für eine tolle Idee. Bravo, Frank. Amber, Matt und Frank haben dein Licht gefunden. Wow, es funktioniert einwandfrei. Bis zum nächsten Mal, Freunde.